Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute zu unserem Gottesdienst. Richtig schön, dass du einschaltest. Mein Name ist Benno, ich bin der Campus-Pastor in Ansbach und neben mir sitzt der wunderbare Aimé Mbui. Spricht ich das richtig aus überhaupt? Richtig gesagt. Sehr gut. Er ist in unserem wunderbaren Lead-Team für Mission und Gebet zuständig. Und Aimé, wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Erzähl mal warum. Nein, heute starten unsere 21 Tage des Gebiets und Fasten. Und ich finde das wirklich grandios, weißt du. Weil besonders in dieser Krisezeit, wir sind wie in einer Reise. Wenn du einfach die letzten drei Predigt schaust, Konsti hat angefangen mit Warte, wo sich die Leute viele Fragen gestellt. Und danach kommt, wenn man nicht mit Gott verstanden ist, diese Habakuken. Und danach kommt Domi mit, ich lasse nicht los. Und alles das führt einfach in eine Richtung, wenn ich möchte, dabei bleiben, ich muss das richtige Gebet geben. Deswegen starten wir diese 21 Tage des Gebiets. Und das wäre grandios. Besonders in dieser Zeit. Yes, auf jeden Fall. Ich fand auch das Habakuken sehr, sehr schön. Danke für diese Predigt. Richtig cool. Ja, mach gucken. Wir alle Habakuken. Richtig cool. Und du hast es vielleicht schon gemerkt, wir haben heute eine Besonderheit. Denn wir sind heute das erste Mal live on TV. Live hier aus der Siebenkirchstraße 18 in Nürnberg, aus unserem Gemeindezentrum. Und es ist kein vorproduzierter Gottesdienst mehr, sondern wir sind jetzt wirklich hier. Wenn du guckst, ich spreche jetzt gerade. Es ist 9 Uhr, keine Ahnung, 56 oder so. Das ist richtig stark. Und ich möchte dich auf eine Sache besonders aufmerksam machen, auf die wir gerade zugehen. Und das ist unser neues Kleingruppensemester. Ende September startet wieder das Kleingruppensemester. Und ich will es dir so ans Herz legen, selber in eine Kleingruppe zu gehen oder sogar in eine Kleingruppe zu leiten. Wir haben demnächst auch Kleingruppenleitertrainings. Alle Infos bekommst du dazu noch. Aber es ist echt so wichtig, die Gemeinde besteht nicht aus dem Sonntagsgottesdienst. Die Gemeinde besteht aus Menschen, Menschen, die sich treffen unter der Woche in den Häusern. Sei da mit am Start. Das ist richtig stark. Und ich glaube, das ist richtig ein Segen, wenn man zusammenkommt. Weil wir sagen das immer, Church sind Menschen. Church sind nicht Gebäude. Und besonders in dieser Phase von Gebet, 21 Tage, man kann sich zwei, drei treffen und zusammen beten. Weil das ist powerful. Ich rede richtig von meiner Erfahrung. Das ist richtig, mit anderen zu beten, das ist immer ein Megahammer. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und Benno, was ich möchte auch sagen, wir haben alle, alle zur Verfügung gestellt, um den Leuten ihre Gebetsanliegen zu geben. Wir haben gebet.eklesia.church, wo man ein Gebet schreiben kann. Wir haben eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und was ist neu? Acht drauf. Das ist diese Seite. Gebetsanliegen.eklesia.church Und da kommen alle Gebetsanliegen. Und du kannst von deinem Smartphone einfach sehen, was für ein Gebet es gibt. Und du kannst deine Tagsagung auch schreiben. Ich sage richtig, unsere Dreamteams macht eine große Arbeit. Auf jeden Fall. Für dich. Wir möchten die richtige Sache einfach machen. Richtig cool. Das ist mit der Seite, finde ich, auch richtig Hammer, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, Gebetsanliegen auszutauschen. Nutzt es gerne. Und Emi, erzähl mal, was gibt es heute sonst noch so Besonderes? Worum geht es heute? Genau. Wie ich habe schon gesagt, wenn man die drei letzte Predigt gehört hat, heute fließt es einfach weiter. Es geht um Gebet und Fasten. Viele stellen die Frage einfach, wie kann ich beten, wie kann ich fasten? Und sei dabei heute. Hört einfach unseren Senior Pastor Kosti. Ihr werdet einfach sagen, genau wie du kannst, am besten beten und am besten fasten. Jesus selbst sagt es. Das ist immer die Frage, was er sagt. Er sagt uns, ihr betet, aber ihr betet nicht richtig. Und manchmal stimm ich die Frage, wie kann man nicht richtig beten? Und sei einfach dabei. Sei dabei. Hört einfach diese Predigt heute. Er wäre einfach Bombe. Ja, ich verspreche dir. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Hey, ich hoffe, du bist bereit. Ja, du hast hoffentlich Freunde da zu Hause. Ihr schaut zusammen. Ihr seid am Start beim Lobpreis. Ich möchte euch echt ermutigen, ja, nicht nur da zu sitzen und den Gottesdienst irgendwie zu gucken, sondern einen Gottesdienst zu feiern, ihn zu erleben, ja, beim Worship aufzustehen, den Herrn anzubeten. Komm mal. Und richtig, richtig am Start zu sein. Denn der Gottesdienst ist das, was du daraus machst. Ja, es ist deine Haltung macht den Unterschied. Daher will ich dich so einladen dazu. Schnapp dir jetzt noch einen Kaffee, trifft die letzten Vorbereitungen. Und dann gehen wir nämlich auch bald schon, bald schon, bald geht es schon los. Ja, und wir freuen uns auf einen richtig starken Gottesdienst. Auch wenn du am Handy oder egal, wo du guckst, hey, nutz doch gerne den Chat, den wir haben. Ja, wir haben ein wunderbares Chat-Team. Es ist lieb, mit dir zu schreiben, dir Fragen zu beantworten oder begrüß einfach mal alle, die da sind. Schreib, wo du her bist, von wo aus du gerade guckst, mit wem du guckst. Und dann wünsche ich euch jetzt zum Schluss einfach noch einen richtig, richtig starken Gottesdienst. Und macht's gut. Bis später, vor dem Zweiten. Bis später. Jo. Ciao. 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 Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben Sonntag, Tag des Herrn. So cool, dass wir Gottesdienst gemeinsam schauen dürfen. Ich freue mich riesig, dass du am Start bist. Hey, und ich glaube, Gott möchte dir persönlich begegnen. Er ist hier, egal ob in deinem Wohnzimmer oder auf dem Klo, wo du hockst, egal wo du bist. Hey, wir wollen Gott erheben. Ich lade dich ein, auch wenn du gerade mit anderen Leuten zusammen bist oder allein. Steh auf, lass uns Gott alle Ehre geben. Lass uns die Hände heben. Wir wollen ihm zusingen und zujubeln, weil ihm alle Ehre gebührt. Hör diesen Klang, wie schön er ist, diesen Klang, wenn der Retter kommt. Und wo die Menschen zu ihm fliegt. Rauscht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich seh. Hör diesen Klang, wie schön er ist, diesen Klang, wenn der Retter kommt. Und wo die Menschen zu ihm fliegt. Rauscht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich seh. Mach auf, mein Herz. Oh, wir bringen dir unser Lohn. Wach auf, mein Herz und sing. Singe ihm sein Lohn. Singe ihm sein Lohn. Oh, wach auf, mein Herz und sing. Singe ihm sein Lohn. Singe ihm sein Lohn. Singe ihm sein Lohn. Hör diesen Klang, der Wandel bringt. Der Klang seines Volkes auf den Knie. Wacht auf, ihr Schlafenten, steht auf, wir preisen ihn, wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch, singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch, singe ihm sein Buch. Oh, was er bewegt und mein Gebet, räumet die Mauer aus dem Weg, jedes Versprechen wird erfüllt. Oh, was er bewegt, das wirst du sehen, das in der Stelle der Hölle weht, jubelt dem Herrn und kündigt zu. Hey, oh, oh, lass den Herrn der Herrlichkeit herein. Hey, oh, fallt auf meine Knie und Stippen ein. Hey, oh, bringt ein neuer Lob zu ihm allein, zu ihm allein. Wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch, singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und singe ihm sein Buch. Wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Buch. Oh, wach auf mein Herz und sing, singe ihm sein Lob, singe ihm sein Lob. Untertitelung des ZDF, 2020 Für das Kreuz, das du für mich trugst, danke für dein Blut, das dort floss, du nahmst die Sünden last auf deine Schultern, gabst ein Leben hin, damit ich leb. Danke für das Kreuz, das du für mich trugst, danke für dein Blut, das dort floss, du nahmst die Sünden last auf deine Schultern, gabst ein Leben hin, damit ich leb. Nun hält mich nichts mehr zurück von dir, denn du hast mich erlöst. Nun hält mich nichts mehr zurück von dir, du liebst und lässt mich niemals los. Danke, du hast Tod und Grab betrunken, danke für die Kraft in deinem Blut. Deine Liebe hat mich überwärtigt, so unbeschreiblich freundlich liebst nur du. Nun hält mich nichts mehr zurück von dir, denn du hast mich erlöst. Nun hält mich nichts mehr zurück von dir, du liebst und lässt mich niemals los. Jesus, du hast alles noch nicht mehr zurück von dir, du hast alles noch nicht los. Jesus, 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 du hast alles noch nicht los. Danke, dass wir jetzt schon mit dir leben. Jesus, du bist König auf dem Thron. Danke für die Art, mich stets zu lieben. Darum schenke ich meine Liebe dir. Danke, dass wir jetzt schon mit dir leben. Jesus, du bist König auf dem Thron. Danke für die Art, mich stets zu lieben. Darum schenke ich meine Liebe dir. Darum schenke ich meine Liebe dir. Darum schenke ich meine Liebe dir. Jesus, du machst alles neu. Du machst alles neu. Jesus, du machst alles neu. Jesus, du machst alles neu. Jesus, du machst alles neu. Du machst alles neu. Jesus, du machst alles neu. Komm, lass uns mal einen riesen Applaus für Jesus geben, überall wo wir sind. Alle Ehre unserem Gott. Er ist groß. Er macht alles neu. Er ist so gut. Hey, wir sind so dankbar für das, was wir gerade gesungen haben. Es ist so eine Wahrheit. Hey, nun hält uns nichts mehr zurück. Wir dürfen kommen, weil Jesus den Weg bereitet hat und weil er alles neu macht in unserem Leben. Ich finde, es ist so eine starke Botschaft, auch gerade in dieser Zeit, weil wir brauchen es so sehr, dass Jesus Dinge neu macht, oder? Also egal, ob in unserem Leben, ob in unseren Familien, ob in unserem Alltag, in unserem Umfeld, auf unserer Arbeit. Hey, wir sehnen uns danach. Es ist unser Gebet, dass Jesus alles neu macht. Ja, dass wir auch ein Stück Neustart bekommen. Und es ist so cool, dass wir heute die 21-Tages-Gebet starten. Alle sagen mal 21. 21-Tages-Gebet. Die sind wirklich so ein Neustart für ganz, ganz viele in unserer Kirche. Wir machen das zweimal im Jahr und es markiert wirklich so einen Neustart für ganz viele. Ein Neuaufbruch, ein geistlicher Start, ganz neu zurück in so ein Gebetsleben, in der Tiefe, in der Nähe mit Jesus. Und wir haben diese drei Wochen des Gebets ganz bewusst unter das Motto Durchbrüche erleben oder Durchbruch erleben gestellt. Ja, sag mal Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch, weil wir alle brauchen Durchbrüche, immer wieder neu. Und wir wollen ganz bewusst dafür beten, dass Gott persönliche Durchbrüche schenkt. Durchbruch in meinem Leben, das ist das Motto für die erste Woche. Durchbruch in unserer Kirche brauchen wir. Und wir brauchen Durchbruch in unserer Welt. In der dritten Woche werden wir dafür beten. Und die erste Woche haben wir uns bewusst genommen, um auch zu fasten. Deswegen 21-Tages-Gebet und Fastens. Und du darfst auch gerne mitfasten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehr dazu findest du auf unserer Website, auch Anleitungen dazu. Aber Fasten ist für uns auch ein Ausdruck von Abhängigkeit und dieser Hingabe an Gott, zu sagen, hey Gott, du bist uns wichtiger als alles andere auf dieser Welt, selbst als Nahrung. Und wir verzichten bewusst auf Dinge, um uns dir zuzuwenden. Und das ist ein Stück weit auch ein Ausdruck von Demut gegenüber Gott. Ich habe letzte Woche eine Predigt gehört von einem bekannten Pastor und er hat diese Worte gesagt, Demut gewinnt. Demut gewinnt. Ich glaube, alles Wirken Gottes in unserem Leben ist ganz stark davon abhängig von unserer Einstellung, von unserer Herzenshaltung und wie demütig wir sind. Das bedeutet, wie sehr ordnen wir uns wirklich Gottes Willen unter. In 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6 steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und deshalb beugt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und wir haben diesen ersten Tag, der 21-Tages-Gebet, der heute beginnt, den haben wir unter das Motto gestellt, wir wollen uns demütigen unter die Hand Gottes. Wir wollen ganz bewusst sagen, Gott, dir gebührt die Ehre in unserem Leben. Und wir wollen jetzt dafür beten, gemeinsam überall, wo ihr seid, steht ruhig dazu auf, macht eure Stimme laut, erhebt eure Stimme, ihr dürft ruhig laut beten, auch wir hier, die wir versammelt sind, alle Dreamteamler, wir beten gemeinsam. Ich leite von hier aus, wir wollen auch gleichzeitig für alle Schüler beten, die nächste Woche in die Schule kommen, vielleicht neu eingeschult werden, ja, begrüßen auch alle Schüler und wollen jetzt gemeinsam beten. Kommt, let's go. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, wir danken dir für den Sonntag, danken dir Gott, dass du König bist, über allem geben dir alle Ehre. Gott, du bist Herr dieser Welt, du hast die Kontrolle, trotz allem, was passiert, wir sind so dankbar, dass dein Thron nicht wackelt, dass du nicht irgendwie nervös hin und her, hin und her rutschst, sondern dass dir die Macht und die Ehre gebührt zu jeder Zeit und wir bringen diese 21-Tages-Gebet vor dich, wir bringen uns vor dich ganz neu und sagen, Gott, wirke du in unserem Leben, regiere du in unserem Herzen, sprich du neu, schenk du neue Aufbrüche, schenk du Durchbrüche in dieser Zeit, wie überall, persönlich, wo Menschen das brauchen, in den Häusern, in den Familien, auf den Arbeitsplätzen. Vater, wir beten, dass du Neues schaffst, dass Hindernisse überwunden werden, wirklich Barrieren bröckeln und wir erleben, deine Hand in unserem Leben und wir wollen uns demütigen, ganz bewusst, wollen sagen, Herr, wir kehren um von falschen Wegen, kehren um davon, wo wir uns von dir abgewandt haben, wo wir uns anderen Dingen zugewendet haben, wo andere Dinge wichtiger geworden sind als du. Gott will sagen, wir wollen neu auf die Knie gehen, im Unsichtbaren und im Sichtbaren und sagen, dir gebührt die Ehre, dir gehört unser Leben, wirke du in dieser Zeit. Und wir segnen alle Schulkinder auch, die jetzt starten in dieser Woche, die neu eingeschult werden oder die wieder zurück in die Schule kommen und beten, dass du ihnen Freude und Motivation schenkst. Alles, was sie brauchen, gute Lehrer, Freunde, Interesse, Offenheit für all die Inhalte, die kommen und dass du sie vorbereitest auf den Lebensweg, den du mit ihnen hast. Danke, dass du sie begabt hast, dass sie jeder Potenzial hat und dass du durch sie einen Unterschied machen möchtest in dieser Welt. Danke für unsere Kinder. Amen. Alle sagen Amen. Amen. Hey, so stark euch zu sehen. Herzlich Willkommen nochmal zum Gottesdienst hier aus der 7-K-Straße 18, so dem Gemeindezentrum unseres Standorts in Nürnberg, in der Südstadt, sozusagen in der Hood. Das ist da, wo wir früher immer Gottesdienste gefeiert haben, bis 2016, jeden Sonntag. Und wir sind so ein paar Leute hier im Saal versammelt, Leute aus dem Production Team, die die ganze Technik machen, Leute vom Momentum College, die Campus Pastoren. Hey, und wir wollen mal gemeinsam alle Leute begrüßen, die zum allerersten Mal beim Gottesdienst teilnehmen. Schön, dass ihr dabei seid. Hey, richtig stark, wenn du eingeschalten hast, zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst. Oder, ja, wir freuen uns riesig. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die Kontaktkarte ausfüllst von uns, die digitale Kontaktkarte. Du kannst einfach auf den Button klicken, auf der Website live.ekleser.church. Und wir würden uns gerne bei dir melden unter der Woche und dich näher kennenlernen und dir zeigen, wer wir als Kirche sind, vielleicht auch dir Schritte aufzeigen, wie du in eine persönliche Beziehung mit Gott kommen kannst. Schön, dass du am Start bist. Ich möchte auch das ganze Dream Team begrüßen, überall, wo ihr seid, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, alle Kleingruppen, von denen sich manche vielleicht auch gerade treffen und gemeinsam den Gottesdienst schauen. Hey, und ich freue mich auch riesig, dass unser Pastor Konsti heute im Haus ist und zu uns sprechen wird. Ja, zurück aus dem Urlaub und er hat echt eine richtig gute Message für uns vorbereitet. Gott wird ihn gebrauchen. Von daher, lasst uns echt freuen. Wir wollen auch echt einen interaktiven Gottesdienst haben. Hey, du kannst gerne beim Live-Chat teilnehmen. Du kannst gerne einfach Dinge reintippen, den Leuten digital, virtuell High-Fives geben und nutze einfach die Möglichkeit auf live.ekleser.church oder auf unserem YouTube-Kanal, wo auch der Gottesdienst läuft. Es gibt auch die Möglichkeit, Gebet in Anspruch zu nehmen, unsere Gebetshotline ist die ganzen Gottesdienste über am Start. Auch da frag einfach im Live-Chat nach und dann melden wir uns und helfen dir. Und ansonsten freue ich mich riesig, dass in den nächsten Wochen unglaublich viel ansteht. Also wir kommen ja so aus dem Sommerloch raus und wir fahren gerade das Gemeindeleben richtig hoch. Ja, es passiert so viel. Wir werden gleich noch mehr hören in den News. Neben den 21 Tagen des Gebets, die jetzt starten heute, haben wir heute zum allerersten Mal nach einem halben Jahr wieder Taufe. Taufe. Ja, alle sagen mal Taufe. Taufe an allen Standorten. Hier in Nürnberg ist es in diesem Raum, in der 7-Kes-Straße 18. Ich freue mich riesig. Ihr dürft euch auch gerne noch anmelden, wenn ihr dabei sein wollt und die Täuflinge feiern wollt. Auch das funktioniert über die Website taufe.ekleser.church. Und dann haben wir unser Kleinkruppensemester, was direkt nach den 21 Tagen des Gebets startet. Also am 27.09. Und ich hoffe, dass jeder von uns in der Church in einer Kleingruppe dabei ist. Und heute ist das allererste Kleingruppenleiterseminar online. Ja, absolute Premiere. 13 Uhr. Sei dabei. Und mehr Infos gibt es jetzt in den Ekklesia News. Hey, mein Name ist Mary und ich bin Teil des Communication Teams. Wie mega schön, dass du mit uns zusammen in Gottesdienst schaffst. Ich bin total gespannt, was Gott heute tut und ich hoffe, du erlebst seine grandiose Liebe genau an dem Ort, an dem du gerade bist. Seit heute haben wir neue Gottesdienstzeiten. Wenn du gerade mit live dabei bist, dann hast du es schon mitbekommen. Ab heute feiern wir jeden Sonntag um 10 Uhr und um 11.30 Uhr Gottesdienst. Im Anschluss findest du den Gottesdienst natürlich auch zum Abrufen auf YouTube. Trotzdem wollen wir dich wirklich ermutigen, sei live sonntags mit dabei und tausch dich im Chat mit deiner Church aus. Wir haben einen Kurs, der heißt Next Steps. Bei Next Steps erfährst du an vier Sonntagen in vier Schritten mehr über uns als Gemeinde, aber auch mehr über dich selbst. Deine Begabungen und das Gold, was Gott in dich hineingelegt hat, kannst du bei Next Steps herausfinden und Möglichkeiten entdecken, wie du es einbringen kannst. Next Steps findet jeden Sonntag um 13 Uhr statt und du kannst dich unter nxs.eklesia.church einfach reinklicken. Ganz ohne Anmeldung und auch ganz spontan. Und auch für unsere Jugend gibt es wieder klasse News. Am 11. September ist die Online 4-4-Night. Es wird eine richtig coole Talkrunde geben, also verpasse es auf keinen Fall, zück dein Handy und tipp dir direkt den 11. September in deinen Kalender. Und wenn dir die 4-4-Night noch nicht genug ist, gibt es bald auch ein 4-4-Retreat. Mehr Infos zum Retreat findest du auf der Homepage. Heute ist für uns der Startschuss in die 21 Tage des Gebets. Bis zum 26. September beten wir jeden Tag gemeinsam unter der Woche von 6 Uhr bis 7 Uhr und samstags von 9 bis 10. Mehr Infos findest du unter 21-tage.eklesia.church Wir glauben, dass Gebet wirklich die Hand Gottes bewegt. Deswegen will ich dich ermutigen, dabei zu sein und gemeinsam mit uns zu beten, offline oder online. Und im Anschluss an die 21 Tage des Gebets geht es am 27. September mit den Kleingruppen los. Unsere Kleingruppen starten wieder und du kannst dir eine Kleingruppe aussuchen, die perfekt in deinen Alltag passt. Gerade nach der Zeit der Distanz freuen wir uns auf so einen intensiven Austausch und die Gemeinschaft und auf das Treffen in den Kleingruppen. Wenn du sogar eine Kleingruppe leiten willst, dann klick dich heute oder am 13. September rein und sei beim Online-Kleingruppenleitertraining dabei. Wenn du lieber live kommen willst, kannst du auch am 20. September direkt vor Ort teilnehmen. Mehr Infos findest du unter kleingruppen.eklesia.church So, das war's von mir. Wir sehen uns morgen bei den 21 Tagen des Gebets, aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen grandiosen Sonntag und viel Spaß bei der Predigt. Wir sehen uns morgen bei den 21 Tagen des Gebets, Gottesdienst. Ich freue mich über jeden, der zuschaut. Auf der anderen Seite dieser Kamera führe dich gedrückt und umarmt und wisse einfach, hey, wir, also ich als dein Pastor, auch alle anderen, die zuschauen, hey, wir, wir lieben dich und wir freuen uns so, so sehr, dass du mit dabei bist heute beim Gottesdienst in der Ekklesia Church. Es wurde zwar schon zehnmal gesagt, aber ich sag's nochmal, ich freue mich so, dass wir heute live sind hier aus Nürnberg und ich möchte mich echt von ganzem Herzen für unser ganzes Dreamteam bedanken. Ich finde, wir haben das beste Dreamteam auf der ganzen Welt. Sie machen so einen grandiosen Job. Hey, come on, ja. Ja, lass uns dem Dreamteam nochmal einen Applaus geben. Und ich freue mich auch so, so sehr, dass, ja, die Studenten aus Momentum College da sind. Unser Momentum College hat wieder losgelegt und ich liebe einfach unser College und glaube, dass Gott auch durch das College ganz, ganz stark an jedem Studenten wirken wird. Also von der Seite auch nochmal einen lieben Gruß an das ganze College. Und ja, ich freue mich so, dass wir diese Zeit zusammen haben dürfen. Ich möchte dir kurz ein paar Dinge geben, die so im September auf uns warten, weil ich glaube, dass wir eine ganz starke Season vor uns haben. Eine gute Zeit, die vor uns liegt, dieser September, dieser Oktober. Und ich bin begeistert über all das, was wir sehen und erleben werden, gemeinsam als Kirche. Das allererste ist, wir befinden uns in dieser Serie noch, heute das letzte Mal, Summer at Ekklesia. Und ich möchte heute mit euch eine Botschaft teilen übers Gebet. Und ich sage dir, es wird stark. Schreib gerne mit. Hol dir schon mal dein Schreibzeug raus. Und das Zweite ist, wir haben nächste Woche Vision Sunday. Okay? Und auch du bist eingeladen, beim Vision Sunday mit dabei zu sein. Es gibt einige wichtige Dinge, die ich einfach, ja, vom Herzen in das Herz unserer Kirche sprechen möchte. Und ich glaube, dass auch diese Predigt in der nächsten Woche einfach wegweisend auch dafür sein wird, was uns auch noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr erwarten wird. Und dann freue ich mich, direkt danach starten wir eine Serie über den Jakobusbrief. Okay? Und die Serie wird der Hammer. Es wird sehr viel darum gehen, hey, wie können wir stark stehen in unsicheren Zeiten? Wie können wir voller Glauben und voller Erwartung an Gott auch durch diese Zeit gehen? Hey, und nach dieser Serie ist schon wieder Kino in der Kirche und dann kommt Weihnachten. Hey, herrlich, oder? Und dann ist das Jahr schon wieder fast um. Also ich sage dir, es wartet eine gute Zeit auf uns. Ich habe mal so dieser Predigt heute den Titel gegeben, mit Gebet und Fasten zum Durchbruch. Mit Gebet und Fasten zum Durchbruch. Und wir haben immer viele Leute, die uns als Kirche schreiben, die unserem Gebetsteam schreiben und E-Mails schreiben oder auch eine SMS schicken. Und ich möchte mal zwei Anliegen vorlesen, die Leute an unserer Kirche geschrieben haben. Das erste ist, ein Mann hat mir diese Woche geschrieben, Pastor Konsti, seit mehr als drei Monaten war ich nun im Krankenhaus. Ich bekomme nun meinen Alltag und meine Selbstständigkeit nicht mehr hin, habe keinen Lebensmut mehr und will ehrlich gesagt nicht mehr leben. Der Alltag ohne Job und mit Krankheit ist so schwierig. Deswegen möchte ich dafür beten lassen, dass ich gesund werde, wieder Freude an Jesus spüre, die Traurigkeit und Mutlosigkeit weggeht und ich einen Job finde. Ich hoffe, dass Gott sich für mich interessiert. Ich möchte gleich sagen, ja, er tut es, er liebt dich, er interessiert sich für dich und wir wollen für dich beten. Das zweite ist, eine Frau aus unserer Gemeinde schrieb, lieber Pastor, ich brauche einen finanziellen Durchbruch. Ich bin seit einem Jahr auf Arbeitssuche und ich bete auch für den richtigen Ehemann am liebsten noch bis Ende diesen Jahres. Na ja, come on, da können wir auch genauso für beten. Und das sind so nur einige Anliegen von Dingen, die wir hören aus unserer Kirche und ich bin mir sicher, dass du auch Anliegen hast, dass du auch Dinge hast, wo du sagst, die bewege ich im Gebet vor Gott. Aber das Wort, was mich besonders bei diesem zweiten Brief so ins Auge fiel, war dieses Wort Durchbruch. Durchbruch. Das Wort Durchbruch, okay. Und ich denke so, hey, das ist so wahr, oder? Oft stehen wir wie vor einer Mauer und wir brauchen einen Durchbruch. Wir brauchen einen Durchbruch in unserem Leben. Ein Durchbruch beschreibt einen plötzlichen, dramatischen und wichtigen Fortschritt. Das ist ein Durchbruch. Ein Durchbruch ist ein Fortschritt. Und du kannst, ja, Durchbrüche in vielen Bereichen haben. Wir lesen oder wir wissen, dass es im Bereich der Wissenschaft immer wieder Durchbrüche gibt. Wir hoffen und erwarten Durchbrüche im Bereich von Medizin. Es gibt immer wieder Durchbrüche. Nicht umsonst sagen Leute zum Beispiel in ihrer Karriere, er oder sie hatte einen Durchbruch. Okay. Leute kommen voran. Und das Gegenteil eines Durchbruchs ist Stillstand oder Rückschritt. Das ist das Gegenteil eines Durchbruchs. Wenn es nicht vorangeht, wenn man stagniert oder du stehst in manchen Fragen und Bereichen deines Lebens wie vor einer Wand, wie vor einer Mauer und du weißt nicht weiter. Und du fragst dich, wie kann es weitergehen in meinem Leben? Und du sagst, eigentlich brauche ich einen Durchbruch. Okay. Und vielleicht sind auch Leute da, die sagen, hey, in meiner Ehe mache ich Rückschritte. Die Beziehung zu meinem Ehepartner ist nicht gut. Ich brauche einen Durchbruch. Vielleicht fühlst du dich gestresst vom Leben. Ja, vielleicht hast du so depressive Anwandlungen. Und du sagst, ehrlich gesagt, ich glaube emotional, ich brauche einen Durchbruch. Vielleicht fühlst du dich immer in der Unterzahl und du hast das Gefühl, alles und jeder ist gegen dich. Ob du in die Schule gehst, in die Uni gehst, auf die Arbeit gehst, ob du mit deinen Verwandten zusammen bist, du hast immer das Gefühl, du bist in Unterzahl und du wünschst dir einen Durchbruch. Man kann auch im Geistlichen einen Durchbruch haben. Ja, du kannst auf einmal erleben, wie Dinge, auf einmal bekommst du eine Offenbarung von Gott, auf einmal bist du im Gebet und Gott berührt dein Herz und auf einmal bekommst du ganz viel Klarheit. Vor allem gehen so die innerlichen, geistlichen Augen auf und du sagst, wow, ich habe echt einen Durchbruch erlebt in diesem oder jenem Bereich. Vielleicht bist du da und dir fehlen Ressourcen. Vielleicht brauchst du im Bereich von Finanzen einen Durchbruch. Oder es geht dir körperlich schlecht. Du hast zu kämpfen schon seit vielen Jahren mit chronischen Krankheiten. Und du sagst, ehrlich gesagt, ich brauche einen Durchbruch im Bereich von Gesundheit oder in deiner Beziehung zu deinem Sohn, zu deiner Tochter, zu deinem Ehepartner. Du wünschst dir einen Durchbruch oder du brauchst einen Durchbruch zu Gott und du merkst, deine Beziehung zu Jesus ist nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Vielleicht sagst du, hey, in den letzten Monaten, besonders in diesem Jahr, ist vielmehr einfach so schwer, Jesus nachzufolgen, ihm täglich im Gebet zu suchen oder das Wort Gottes, die Bibel zu lesen. Und du sagst, wenn ich ehrlich bin, das ist der Bereich, da wünsche ich mir einen Durchbruch. Ich brauche einen geistlichen Durchbruch. Sagt mal alle, Durchbruch. Okay? Und ich weiß nicht, welcher Bereich es ist in deinem Leben, wo du wie vor einer Mauer stehst, aber ich möchte dir sagen, wir glauben an einen Gott, der Durchbrüche schenkt. Gott möchte auch einen Durchbruch bewirken in deinem Leben. Und ich will dir was sagen, Durchbrüche passieren nicht einfach so, sondern wir müssen uns nach ihnen ausstrecken. Durchbrüche fallen uns nicht in den Schoß, sondern Durchbrüche passieren, wenn wir im Glauben an Gott aufstehen und auch unseren Teil, unseren Part tun. Durchbrüche passieren normalerweise, wenn wir uns im Glauben nach ihnen ausstrecken. Schau mal, was der Psalmist sagt. Im Psalm 77, Vers 3 steht, als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bittend zum Himmel gehoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Und der Psalmist sagt hier, ich brauche ein Eingreifen Gottes und bis dieses Eingreifen Gottes kommt, werde ich Gott suchen und werde ich beten, dass er eingreift und diesen Durchbruch schenkt. Ich glaube, du wirst in diesen 21 Tagen des Gebets einen Durchbruch erleben. Ich glaube das von ganzem Herzen. Wenn du im Glauben stehst und dafür betest, wie hier im Psalm 77, Vers 3 steht, Gott wird dir einen Durchbruch schenken, denn Gott steht zu seinem Wort. Er hält sein Versprechen ganz gewiss. Wann immer in der Bibel jemand einen Durchbruch hatte, hat er es durch Gebet und Fasten erlebt. Immer. Immer. Und ich sehne mich danach, dass auch die Schlachtfelder meines Lebens, dass die Schlachtfelder deines Lebens eine Plattform werden, wo Gott sich verherrlicht, eine Plattform des Sieges wird, wo die Schlachtfelder deines Lebens eine Plattform wird, wo du eines Tages drauf stehst und verkündigst, wie groß und wie gut Gott ist, wo du im Glauben Zeugnis darüber ablegst, dass Gott immer noch ein Gott ist, der Wunder tut, dass Gott immer noch ein Gott ist, der Durchbrüche schenkt. Er hat nicht nur Durchbrüche geschenkt in dem Leben von Mose, in dem Leben von Jehussaphat, in dem Leben von David, in dem Leben von Paulus. Nein, er tut auch Durchbrüche in meinem Leben. Du sollst das erleben von ganzem Herzen. Und ich möchte deswegen mit dir zusammen darüber reden, ganz praktisch, wie können wir Durchbrüche erleben? Weil ich glaube, wir alle brauchen Durchbrüche. Ich habe so viele Bereiche genannt und Gott möchte diese Durchbrüche schenken. Wir lesen in Philippa 4, Vers 6 bis 7. Schlag mal deine Bibel auf und ich möchte dir drei Gewohnheiten geben, die du und ich brauchen, damit wir Durchbrüche erleben. Und ich lese mal Philippa 4, Vers 6. Da sagt Paulus, sorgt euch um fast nichts. Um nur ganz wenig Dinge. Nein, er sagt, sorgt euch um nichts. Sag mal nichts. Nichts. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist so eine bekannte Bibelstelle bei mir, in der Bibel auch. Ich habe die früh schon auswendig gelernt, als ich Jesus kennengelernt habe. Aber ich dachte so, hey, was ist dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt? Was bedeutet dieser Friede? Was bedeutet es, diesen Frieden zu haben? Nun, ich glaube, dieser Friede bedeutet, ich bin innerlich voller Frieden, obwohl ich mich in einem heftigen Sturm befinde. Ich bin innerlich voller Frieden, obwohl meine Umstände eigentlich mir sagen, hey, du müsstest eigentlich ängstlich sein. Du müsstest dich eigentlich sorgen. Du müsstest eigentlich ausflippen. Das ist dieser Friede, der in den Verstand übersteigt. Das bedeutet, es gibt keine rationale Erklärung dafür, dass ich angesichts dieser Umstände trotzdem voller Ruhe und voller Frieden bin. Es gibt keine Erklärung dafür, es übersteigt unser Denken, es übersteigt unseren Verstand. Es gibt eine göttliche Gelassenheit, die Gott dir schenken möchte, obwohl deine Umstände alles andere sagen. Und ich bin in diesem Frieden nicht, weil meine Umstände geklärt oder komfortabel sind, sondern es ist ein übernatürlicher Frieden, den Gott in mein Herz gelegt hat. Angesichts all dieser Dinge. Und dann sagt er, sorgt euch nicht, sondern bringt im Gebet eure Anliegen vor Gott und seid dabei voller Dankbarkeit. Nun, ich möchte drei Gewohnheiten sagen. Heute schreibt ihr diese drei Gewohnheiten unbedingt auf, denn ich glaube, dass wir diese drei Gewohnheiten brauchen, um einen Durchbruch zu erleben in diesen nächsten 21 Tagen. Ich glaube sogar, ich würde zu weit gehen und sagen, wenn du diese drei Gewohnheiten etablierst in deinem Leben und diese drei Dinge tust, die ich heute sage, gemäß dem Wort Gottes, du einen Durchbruch erleben wirst in deinem Leben. Diese Gewohnheiten sind sehr einfach in der Theorie. Die sind ganz einfach aufzuschreiben, aber sie sind ziemlich schwierig in der Praxis. Es sind auch ganz praktische, einfache Punkte. Es ist leicht gesagt, aber schwer gelebt. Aber trotzdem bin ich Gott so dankbar, dass er uns seinen heiligen Geist gegeben hat, der uns hilft. Ja, Gott wirft uns nicht irgendwas hin und sagt, jetzt schau mal, wie du es schaffst. Nein, sondern er gibt uns durch seinen Geist, der in uns wohnt, auch die Kraft, das zu tun, was sein Wort sagt. Zunächst möchte ich mit dem ersten Punkt starten. Vers 6 sagt, sorgt euch um nichts. Um nada, niente. Sorgt euch um nichts. Und mein erster Punkt lautet, sorge dich um nichts. Sorge dich um nichts. Okay, sorge dich um nichts. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das wohl schwerste Gebot in der ganzen Bibel, oder? Und ich glaube, jeder hier im Saal, jeder, der mich hört, der zuschaut, wir alle haben dieses Gebot schon ständig übertreten. Wir alle haben uns doch schon ständig Sorgen gemacht. Jeder von uns. Wir brechen dieses Gebot ständig, denn es ist manchmal so tief in uns angelegt, dass wir uns Sorgen machen. Leider. Wir sorgen uns ständig. Und dann kommt Jesus in Matthäus 6, Vers 34 in der Bergpredigt und er sagt auch noch, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und Jesus sagte genau dasselbe. Wahrscheinlich hat Paulus, ja, er wusste das, er erkannte, er paraphrasiert ja schon fast die Bergpredigt und er sagt genau dasselbe. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Paulus sagt, sorgt euch nicht. Und ich denke, eines der Gründe, warum mir in diesem Bereich Sorge so oft fallen ist, weil wir so viel emotionale Energie darin verschwenden, uns zu sorgen. Mir begegnen oft Menschen, die wie in ihrer Vergangenheit leben. Oft ähneln sich ihre Geschichten und doch sind sie einzigartig. Sie wurden verletzt, haben schwere Sachen in der Vergangenheit durchgemacht, wurden vielleicht in ihrem Leben unfair behandelt, sie haben Fehler gemacht und das Ergebnis ist stets dasselbe. Sie werden von ihrer Vergangenheit wie unterdrückt und sie schauen ständig zurück und bedauern, was passiert ist und was geschehen ist. Aber da hören wir nicht auf, oder? Ich meine, ich glaube wir alle, manchmal, wir fahren immer wieder zurück in dieses Denken an die Vergangenheit. Aber das ist nicht genug, sondern gleichzeitig machen wir uns auch noch Sorgen um die Zukunft. Hey, was wird morgen sein? Was wird nächstes Jahr sein? Wir machen uns Sorgen um so viele Dinge und weil wir uns Sorgen machen um die Zukunft und weil wir unsere Vergangenheit oft bedauern und wie von unserer Vergangenheit unterdrückt werden, macht das unsere Gegenwart manchmal wie kaputt, dass wir wie gefangen sind im Hier und Jetzt. und Jesus sagt, hör auf, dich zu sorgen. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ist dir schon mal aufgefallen, sich um etwas Sorgen zu machen, hat noch nie etwas verändert. Noch nie. Noch nie hat sich jemand Sorgen gemacht, sich den Kopf zerbrochen über etwas und hat gesagt, du bist voller Angst und du machst dir Sorgen und danach sagt er, oh, das war ja herrlich. Ja, super. Jetzt läuft's. Halleluja. Nein, sich Sorgen machen zieht immer runter. Sich Sorgen machen für zu vielen schlaflosen Nächten, oder? Sich Sorgen machen, keiner macht sich gerne Sorgen, aber doch machen wir uns alle Sorgen und Sorge kann deine Vergangenheit nicht ändern, Sorge kann deine Zukunft nicht ändern, Sorge macht dich nur kaputt im Hier und Jetzt. Jeder Moment deines Lebens, ich würde echt so weit gehen, jeder Moment deines Lebens, an dem du dir Sorgen machst, ist ein verschwendeter Moment. Moment. Jemand hat mal gesagt, sich Sorgen zu machen, ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt einen viel, bringt einen aber nicht voran. Die Gedanken vor, zurück, vor, zurück, aber es gibt keinen Fortschritt. Es verändert auch nichts im Leben. Was bedeutet es, sich zu sorgen? Und du magst dir das vielleicht aufschreiben, sich Sorgen bedeutet, ich richte meinen Fokus auf meine Ängste anstatt auf Jesus. Ich richte meinen Fokus auf meine Ängste anstatt auf Jesus. Und das bedeutet es, sich zu sorgen. Wenn wir uns sorgen, dann verhalten wir uns wie Waisenkinder, denn wir haben vergessen, dass wir einen guten himmlischen Vater haben, der uns liebt und der sich um uns sorgt. Einen guten himmlischen Papa haben, der all unsere Bedürfnissen begegnen mag. Und das müssen wir wissen, wenn wir uns sorgen. Wir müssen tief, unser Herz muss tief verankert sein in dieser Liebe des Vaters zu uns. Einfach zu wissen, Gott danke, du sorgst dich um mich. Jesus lädt dich heute ein, all deine Sorgen bei ihm abzulegen. Was für ein schönes Leben lege vor uns, wenn wir lernen würden, uns voll und ganz auf unseren himmlischen Vater zu verlassen und seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber ich merke immer wieder, wenn ich versuche, meine eigenen Probleme selber zu lösen und sie nicht an Gott abgebe, funktioniert es nicht. Ich brauche die Kraft Gottes. Schau mal, was in Römer 8, Vers 6 steht. Dort steht, denn das Denken gemäß des Fleisches ist tot, das Denken gemäß des Geistes aber Leben und Frieden. Wenn ich also so denke, wie ich es normalerweise tue, losgelöst von meinem Glaubensleben an Jesus, dann werde ich mich sorgen, ich werde ängstlich sein und ich werde versuchen, für die Probleme meines Lebens menschliche Lösungen zu suchen. Das wird passieren. Das bedeutet, wir werden kontrolliert von unserer sündhaften Natur. Aber wenn ich von neuem geboren bin, wenn Gottes Geist in mir lebt, ich verändert wurde von Jesus, dann brauche ich mich nicht mehr zu sorgen und das führt zu einem Leben nach Römer 8, Vers 6 voller Frieden, voller Leben und Frieden. Und dieses Leben und dieses Frieden, das hält Gott für dich bereit. Und das ist aber wichtig, denn der Schlüssel, sich nicht mehr länger zu sorgen, bedeutet nicht, dass wir uns jetzt alle selber einreden, ich werde mich nicht mehr sorgen. 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 Und dann kommt die Sorge und du sagst, ich will mir nicht mehr sorgen. Nein, wir fokussieren uns nicht auf unsere Sorgen, um die Sorgen loszuwerden. Okay, das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Das funktioniert nicht. Wir brauchen einen neuen Fokus. Unser Fokus ist nicht der Widerstand, sondern unser Fokus ist Jesus. Wir müssen auf ihn schauen. Wir müssen unser Herz tief in ihm verankern. Wie schaffe ich es, meinen Fokus auf Jesus zu richten, damit ich mich nicht mehr sorge? Und ich möchte sagen, wie du es schaffst. Du schaffst es durchs Gebet und durchs Fasten. Du schaffst es durch Gebet und du schaffst es durch Fasten. Wir haben, heute geht es los, bis zum 26.09., die 21 Tage des Gebets. Gott möchte, dass du Durchbrüche erlebst, dass du aufhörst, dir Sorgen zu machen und dass du aufhörst, ängstlich zu sein und es gibt einen Schlüssel und dieser Schlüssel lautet Gebet und Fasten. Wenn du deinen Fokus im Gebet und Fasten auf Gott richtest, hast du keine Zeit mehr, um dir Sorgen zu machen. Kennt ihr Daniel? Daniel aus dem Alten Testament. In Kapitel 9 steht, dass Babylon auseinanderfällt. In Daniel 9 und die Meder und die Perser, sie fielen im Land ein und Daniel hat sich große Sorgen gemacht. Aber er hat sich nicht lange große Sorgen gemacht, denn wir lesen in Daniel 9, Vers 3 und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen im Gebet und Flehen mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Was tat Daniel? Daniel wandte, die Bibel sagt, er wandte sein Angesicht zu Gott. Er war voller Sorge, aber die Sorge hörte auf an dem Punkt, wo er sein Angesicht auf Gott richtete und ihn suchte. Wir lesen genau dasselbe in Esra. Esra wollte nach Jerusalem gehen, aber auf dem Weg dorthin gab es viele Feinde und er hat gesagt, hey, ich möchte den König fragen, ob er mir Geleit gewährt auf dem Weg nach Jerusalem, denn ich möchte in Jerusalem die Stadtmauer aufbauen. Und wir lesen in Esra 8, Vers 23 so fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Die Männer und Frauen in der Bibel, die Durchbrüche brauchten, die sich bewusst dazu entschieden haben, sich nicht mehr zu sorgen, sie haben immer Gott gesucht im Gebet und im Fasten und Gott brachte die Lösung. Und das Coole finde ich, dass hier steht und Gott erhörte uns. Da waren viele Leute, die gebetet haben und Gott schenkt die Antwort. In den 21 Tagen des Gebetes sind wir viele Menschen, die mitmachen. Gemeinsam werden wir beten. Hey, du brauchst noch nicht mal, wenn du Durchbrüche brauchst in deinem Leben, du brauchst noch nicht mal alleine dafür zu beten, sondern du kannst die Anliegen teilen. Du kannst uns mitteilen, wo du Durchbrüche brauchst. Herr, wir wollen in diesen 21 Tagen als ganze Church dafür einstehen, dass du Durchbrüche erlebst in deinem Leben. Du bist nicht alleine unterwegs und du musst auch nicht alleine beten, sondern wir wollen gemeinsam glauben, dass Gott genau in diesem Bereich deines Lebens einen Durchbruch schenkt. Okay, und er sagt, es gibt so, es liegt Kraft im gemeinsamen Gebet und das ist wunderbar. Also das Erste ist, sorgt euch um nichts. Leicht aufgeschrieben, leicht gesagt, schwer getan, aber der Schlüssel ist Gebet und Fasten. Das Zweite ist, betet für alles. Betet für alles. Sorgt euch für nichts und betet, betet für alles. Für alles bedeutet alles Große und alles Kleine. Alles scheinbar Unwichtige und alles Große. Wir sollen für alles beten. Wenn Menschen oder Umstände es wert sind, dass du dir darum Sorgen machst, dann sind sie erst rechtes wert, dass du dafür betest. Wenn sie deiner Sorge wert sind, wie viel mehr deiner Gebete? Wie viel mehr deiner Gebete? Weil Gott einen Durchbruch schenken möchte. Okay, und du sagst, ja, aber kann ich für meinen Hund beten? Ja, kann ich für meine Klausur beten, für meine Hausaufgaben? Hey, na klar, die Bibel sagt, betet für alles. Na klar dürfen wir beten, für alles beten und ich sage besonders die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, ganz oft liegen sie auch auf Gottes Herzen, weil Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dich berühren. Aber dieser zweite Teil des Verses lautet, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksäugung eure Anliegen vor Gott kund werden. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und hier sehen wir schon, was wir tun sollen mit unseren Sorgen. Wir sollen sie nämlich auf Jesus werfen. Es bedeutet, wer nicht wirft, muss selber tragen. Wer nicht wirft, muss selber tragen. Du kannst dir überlegen, deine Sorgen rumzutragen oder du kannst die Entscheidung treffen, heute in diesem Gottesdienst, ich werfe meine Sorgen auf Jesus. Okay, es liegt an dir, du kannst deine Sorgen behalten, du kannst dir den Stress machen, okay, du kannst sagen, oh nein, wie soll das werden oder du nimmst genau diese Sache jetzt im Gebet und du wirfst sie auf Jesus und du lässt sie bei Jesus, du hebst sie nicht wieder auf, nein, du lässt sie bei ihm. Dein Vater im Himmel sagt, lass mich doch deine Ängste und deine Sorgen tragen, denn ich sorge für dich, denn ich liebe dich und ich wertschätze dich. Anstatt zu sorgen, beten wir. Und die Frage ist, wie beten wir? Für was können wir beten? Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, Pastor, aber wie soll ich beten? Ich weiß gar nicht, wie kann ich beten? Oder du merkst, dass du dir eine Zeit nimmst im Gebet und du guckst nach eineinhalb Minuten schon auf die Uhr und sagst, ja, das reicht jetzt für heute oder ich weiß gar nicht mehr, für was ich beten soll, denn für was soll ich und für was kann ich beten? Nun, ich liebe es immer, wenn Predigten sehr praktisch sind. Ich liebe es, wenn wir das Wort Gottes nehmen und ganz relevant auch umsetzen können in unserem Alltag und ich möchte dir mal anhand der Hand, also wenn wir die Hände falten, ja, vielleicht kennst du dieses Bild von Dürer, ja, diese gefalteten Hände, ich möchte dir mal fünf Dinge sagen, zunächst, für wen du beten kannst. Wir lesen im Psalm 88, Vers 10, Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Nun, ich möchte dir, ich möchte dir anhand deiner Hand fünf Menschengruppen sagen, für die du beten kannst, in diesen 21 Tagen des Gebets. Okay, bist du bereit? Das wird powerful, schreib es dir unbedingt auf. Das erste ist dein Daumen. Dein Daumen, wenn du deine Hände fällst, deine Daumen sind am dichtesten an deinem Herzen dran. Wenn du an deinen Daumen denkst und beim Beten und deinen Daumen siehst, dann denkst du an deine Lieben. Du denkst an deine Familie, du denkst an deinen Ehepartner, du denkst an deine engen Freunde und du betest für sie. Dein Zeigefinger, der Zeigefinger ist der Finger, der die Richtung vorgibt, oder? Du betest für deine Leiter, du betest für Menschen in Autorität, du betest für Politiker, du betest für deinen Chef, du betest für Menschen, die den Weg angeben und Richtungsweisen sind in deinem Leben. Du betest für deinen Pastor, du betest für Angela Merkel und das Kabinett, ich weiß nicht für wen alles, aber du betest für deine Leiter. Also bei Daumen bedeutet, du betest für deine Lieben. Der Zeigefinger bedeutet, du betest für deine Leiter. Und der Stinkefinger, ich lass mal die beiden anderen Finger oben, der Mittelfinger ist der Stinkefinger, der Effenberg und du betest bei dem Mittelfinger, betest du für deine Schleifsteine. Okay? Weil vielleicht sagst du, weil ehrlich gesagt, der Mittelfinger hat keinen guten Ruf, besonders wenn er alleine gezeigt wird, aber du betest gerade für die Leute in deinem Leben, die dir auf den Zeiger gehen. Kennst du so jemanden? Ja, so Leute, mit denen du nicht so richtig gut klarkommst, weiß ich nicht, vielleicht dein Nachbar, vielleicht betest du hier schon das zweite Mal für deinen Chef oder du betest für deine Schwiegermutter oder so, keine Ahnung, aber du betest für deine Schleifsteine. Der Ringfinger, der Ringfinger, ist an der Hand, der schwächste Finger, ist der schwächste Finger, ist nicht der kleine Finger, der Ringfinger ist stärker als der kleine Finger. Der Ringfinger ist der Finger, wo du für die Menschen betest, die Hilfe brauchen. Du betest für Menschen, die schwach sind, du betest für Kranke, du betest für Arme, du betest für Benachteiligte, du betest für verfolgte Christen, du betest für Menschen, die vielleicht unterdrückt werden. Das ist der Ringfinger. Und dann hast du noch den kleinen Finger. Und der kleine Finger bedeutet, du betest für dein Leben, mein Leben. Ganz zum Schluss beten wir für uns. Ganz zum Schluss bringen wir unsere Anliegen vor Gott. Wir fangen nicht selbstsüchtig an mit unseren Anliegen, sondern wir beten ganz zum Schluss für uns. Also der Daumen ist, ich bete für meine Lieben. Der Zeigefinger ist, ich bete für meine Leiter. Der Mittelfinger ist, ich bete für meine Schleifsteine. Der Ringfinger ist, ich bete für Menschen, die Hilfe brauchen. Und der kleine Finger ist, ich bete für mich. Und jetzt die Frage, was bete ich? Okay, was bete ich jetzt für diese Personengruppen? Okay, und ich möchte dir drei Dinge geben, was du beten kannst. Das allererste ist, du betest für ihr Herz. Du betest für ihr Herz. Wir lesen Sprüche 4 Vers 23, mehr als alles andere aber, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben eine Missionarin in Äthiopien, die heißt Mareike, die ist der Hammer und ich habe letztens mit ihr telefoniert und es tut so gut, von ihr zu hören, wie es ihr geht. Aber ich möchte dir mal anhand von Mareike sagen, wie ich für sie beten kann. Ich bete für ihr Herz. Ich bete Gott, bitte berühre das Herz von Mareike. Vater, ich bete, dass ihr Herz voll ist mit Liebe zu dir. Vater, ich bete, dass deine Kraft und deine Freude tief in ihrem Herzen ist. Vater, ich bete, dass du ihr Herz weich machst und weit machst für dich und für andere Menschen. Vater, ich bete, dass du sie segnest mit Demut und dass du ihr Herz erfüllst mit Liebe für das Land Äthiopien und für die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet. Okay, also du kannst einfach fürs Herz beten. Das zweite ist, du betest um Weisheit. Kolosser 1 Vers 9 steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Ey Gott, ich bete für Mareike, dass du ihr Weisheit schenkst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gott, dass sie sich in dem Zentrum deines Willens befindet und Gott, dass die richtigen Türen aufgehen und die falschen Türen zugehen. Gott, dass du sie lenkst und leitest durch deinen Geist. Okay, und du betest für diese Menschen, du betest für Herz, für ihr Herz und du betest für Weisheit. Und das dritte ist, du betest für Versorgung. Du betest für Versorgung. 2. Korinther 9 Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und dann fängst du an, für Versorgung zu beten. Gott, danke, dass du Mareike versorgst. Danke, dass du ihr Arzt bist, ihr Versorger bist. Gott, sie soll keinen Mangel haben, sondern Gott, sie soll in allem Genüge haben. Sie soll deine Gunst erleben und deine Führung erleben. Okay? Und du kannst anfangen, für diese 5 Personengruppen zu beten. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und du betest für das Herz, du betest für Weisheit und du betest für Versorgung in diesen nächsten 21 Tagen. Das wird powerful. Okay? Also tu das und das erste ist also, wir wollen uns nicht sorgen. Das zweite ist, wir wollen für alles beten und das dritte ist, danke Gott in allem. Danke Gott in allem. Dankbarkeit ist so wichtig für Durchbrüche, oder? Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es ist super, wenn ich Gott um Dinge bitte, aber es ist genauso wichtig, dass ich es mit einem Herzen der Danksagung tue. Dass ich dankbar bin im Leben für das, was Gott mir bereits geschenkt hat. Hey, wenn meine Kinder zu mir kommen und immer nur was wollen, wenn sie immer nur sagen, Papa, ich will das, ich will das, ich will das und gib mir das, Mama, ich will das und sie sagen nie Danke und sie sagen nie, ich hab dich lieb, ich verbringe gerne Zeit mit mir, hey, dann fragst du dich irgendwann, weiß ich nicht, ey, lieben die mich überhaupt? Oder bin ich nur noch ein Automat für die, ja? Oben Knopfdruck, unten raus. Ja, du fragst dich so, ey, bin ich, ich bin doch kein Geldese halt. Ja, nein, sondern wenn du Gott um etwas bittest, dann solltest du auch immer gleichzeitig dankbar sein für alles, was er dir bereits gegeben hat. Komm mal, seid ihr noch da? Ja, dankbar sein für alles, was er dir bereits gegeben hat. Okay, Gott möchte es, dass wir dankbar sind, dass wir eine Haltung der Dankbarkeit haben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 lesen wir, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist der Wille Gottes, dass du dankbar bist. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hier, Momentum Leute oder andere Leute, ja, die kommen und sagen, ey Pastor, ich frage mich, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie kann ich es wissen, was Gottes Wille für mein Leben ist? Und ich möchte dir gleich sagen, das allererste, was Gottes Wille ist für dein Leben, ist, dass du dankbar bist. Bevor wir darüber reden, wo du hingehen sollst und was passieren soll, geh erst mal den ersten Schritt. Der erste Schritt bedeutet, Gottes Wille für dein Leben ist Dankbarkeit. Sei dankbar. Sei dankbar für all das Gute, was Gott in deinem Leben tut. Es gibt so viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und weißt du was? Die Bibel sagt, wir sollen in allem dankbar sein. Nicht für alles. In allem. Das ist ein großer Unterschied. Du sollst nicht für alles dankbar sein. Es gibt so viele Dinge, für die bin ich auch nicht dankbar. Ich bin nicht dankbar für Krankheiten. Ich bin nicht dankbar für Bosheiten. Ich bin nicht dankbar für Rassismus. Okay, es gibt so viele Dinge, dafür sollen wir nicht dankbar sein. Aber wir sollen dankbar sein in allem. Und da kommen wir zurück zu dem, was wir am Anfang hatten. Trotz der Umstände bin ich dankbar für das, was Gott bereits in meinem Leben getan hat, für das, wer er ist und was er mir verheißen hat in seinem Wort. Gott kann aus vielen so viel Gutes machen in deinem Leben. Und der Psalmist sagt im Psalm 116, Vers 17, dir will ich Dankopfer bringen und den Namen des Herrn möchte ich anrufen. Und ich möchte dir zum Schluss dieser Predigt noch zwei Dinge sagen, wie du dankbar sein kannst. Das Erste ist, schreib dir eine Dankesliste. Schreib dir 50 Dinge auf, für die du dankbar bist. 50 Dinge. Und es macht was mit dir, wenn du es wirklich aufschreibst. Ich setze mich morgen hin, ich verspreche es dir, ich setze mich morgen hin und ich schreibe mir 50 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Schreib sie dir auf. Wofür bist du dankbar? Und achte mal darauf, was das mit deinem Herzen tut. Okay, komm mal, ganze Gläser-Shirts, 50 Dinge, für die du dankbar bist. Und das Zweite ist, ich drücke Dankbarkeit auch durchs Geben aus. Wenn ich dankbar bin, dann gebe ich. Und ich bin so dankbar für die Ekklesia Church, bin so dankbar für jeden, der gibt. Aber wenn du sagst, hey, die Kirche ist ein Segen und das, was ich in der Ekklesia Church erlebe, ist ein Segen für mein Leben, hey, lass uns geben. Lass uns geben hinein ins Hause des Herrn und du wirst sehen, wie Gott die Schleusen des Himmels öffnet und wie er dein Leben segnen wird. Hey, wir dürfen geben, um ein Segen zu sein. Und dann steht in Philippa 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich bin so dankbar, dass dieser Vers mit Christus Jesus aufhört, denn wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, um das zu leben. Wir brauchen seine Kraft. Und wenn du da sitzt und du hast Jesus noch nicht in deinem Leben, du hast ihn noch nicht eingeladen in deinem Herzen, dann kannst du das jetzt gerade tun. Einfach dort, wo du sitzt, vielleicht magst du kurz mal die Augen schließen. Und ich möchte gerne mit dir zusammen beten. Ich möchte gerne, ja, mit dir zusammen beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Du kannst Jesus einladen, dort, wo du bist. Er liebt dich, er ist am Kreuz für dich gestorben und er möchte dir ein neues Leben schenken. Wenn du sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich brauche Jesus. Hey, dann einfach dort, wo du bist, du kannst deine Augen aufmachen, zulassen, du kannst deine Hände heben, du kannst sie falten, wie du möchtest. Aber gerade dort, wo du bist, bete einfach mal nach. Bete mal, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte rühre du mein Herz an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir ewiges Leben schenkst. Jesus, ich brauche dich. bitte sei du mein Herr und mein Retter. Amen. 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 Hey, das ist so stark. Hey, komm, lass uns mal hier auch alle, lass uns mal wirklich, ich glaube, von ganzem Herzen, dass Leute da waren und das nachgebetet haben, lass uns mal all diesen Leuten mal einen riesen, riesen, riesen Applaus geben. Come on. Vielen, vielen Dank, Pastor Konsti, für so eine starke Predigt zu dieser Zeit. Genau das Richtige, glaube ich, was wir brauchen. Und ich möchte auch noch mal sagen, hey, wenn du gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und ganz persönlich dieses Gebet mitgesprochen hast, zum allerersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal, hey, wir feiern dich total als Kirche, wir freuen uns, es ist der wichtigste Schritt, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Ich möchte dir noch mal drei oder vielleicht sogar vier praktische Schritte an die Hand geben, was jetzt folgt, was jetzt wichtig wäre und gut wäre für dich. Das erste ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, bitte füll die digitale Kontaktkarte aus, ganz wichtig für uns, dass wir uns bei dir melden können. Das zweite ist, wenn du noch nicht getauft bist, glaubensgetauft, dann lass dich bitte taufen. Es ist der Ausdruck, öffentlich zu sagen, ich gehöre jetzt zu Jesus, mein Leben hat sich verändert, ich gehöre zum Team Jesus dazu. Wir feiern das heute, aber auch in jedem ersten Sonntag in den kommenden Monaten und du darfst dich einfach über unsere Kontaktkarte auch dazu anmelden. Das dritte ist, hey, wir haben Next Steps nachher um 13 Uhr und du darfst Teil davon sein, um nochmal zu lernen, wer sind wir als Kirche, wer bist du als Person, was hat Gott für dich vorbereitet und wie möchte er dein Leben gebrauchen zum Segen für andere. Und das vierte ist, hey, werde Teil einer Kleingruppe. Wir haben momentan Kleingruppenpause, aber Ende September startet unser Semester und es ist so wichtig, dass du in Gemeinschaft bist mit anderen Menschen, in Beziehung mit anderen Christen, die dir helfen zu wachsen und voranzugehen. Deswegen bete schon mal dafür, connecte vielleicht schon mal mit Leuten, komm zu den 21 Tagen, um Leute kennenzulernen und sei dann Teil einer Kleingruppe. Das ist unser Herzensanliegen. Und dann, so wie unser Pastor gerade gepredigt hat, wollen wir jetzt eine Zeit ganz kurz nehmen, um Gott zu ehren durch unser Geben. Ja, wir wollen Gott geben, weil er uns gegeben hat. Wir wollen durch unsere Finanzen, durch unser Geld einen Unterschied machen in dieser Welt und auch als Zeichen dafür, dass die Ekklesia Church unser geistliches Zuhause ist. Dass wir hier verankert sind, dass wir hier geistlich versorgt werden und geben ist einfach eine Riesenmöglichkeit, auch dass Gott die Ekklesia Church weiterhin gebraucht, um einen Unterschied zu machen in unseren Städten, Erlangen, Ansbach, Nürnberg. Wir glauben, dass Gott noch so viel vorhat und sind dankbar für alles, was du jetzt gibst, was ihr gebt. Ihr darfst einfach selber gucken, was für dich am besten passt unter dem Geben-Button auf der Website. Und es ist alles freiwillig. Jeder, keiner muss, aber jeder darf geben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, hey, wir haben ein Newsletter. Ich bitte dich, abonniere unseren Newsletter per E-Mail. Da stehen wirklich die wichtigsten Sachen drin und es passiert gerade so viel, wie ihr schon gehört habt. Deswegen bleibt up to date auf news.eklesia.church könnt ihr den abonnieren. Auch gerne folgt uns auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und bleibt einfach dran und seid wirklich Teil von dem, was Gott tut und wo er auch euch segnen möchte in eurem Leben. Und dann nochmal ganz kurz die Erinnerung. Wir fangen morgen 21 Tage vor Ort an, an allen Standorten, immer um 6 Uhr morgens. Bitte melde dich an. Du kannst auch gerne nochmal zu Taufe. Komm nachher um 13 Uhr, äh 15 Uhr, sorry, an allen Standorten 15 Uhr. Auch dafür kannst du dich anmelden und das Dritte, hey, wir haben Kleingruppenleitetraining um 13 Uhr online. Also, ganz, ganz in aller Kürze und dann freuen wir uns, dich dabei zu haben. Auch dafür, guck einfach auf der Website kleingruppen.info nach. Und ansonsten, hey, habt einen richtig guten Start in die 21 Tage, in die Woche. Gott segne euch. Ciao. Ich habe einen Kürze, ich habe einen Kürze, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020